Kopfrechnen ist wichtig. Eigentlich brauchst du es jeden Tag. In diesem Video zeige ich dir fünf Übungen, mit denen du deine Kopfrechnen-Fähigkeiten ganz spielerisch trainieren kannst. Übung Nummer eins. Rechenkarten vorm Einschlafen lösen. Du stellst dir einfach eine ganze Reihe von Rechenkarten selber her. Du schreibst auf die Vorderseite die Aufgabe und auf die Rückseite die Lösung. Und jetzt nimmst du dir vor, jeden Abend vielleicht zehn oder zwanzig dieser Karten anzusehen und so schnell wie möglich zu lösen. Du kannst ja immer mit der Rückseite überprüfen, ob du richtig gerechnet hast. Zweitens. Zerlege Zahlen. Bei Rechenaufgaben ist es ziemlich einfach, von links nach rechts zu rechnen und die ganze Aufgabe zu zerlegen. Also 63 plus 34. Dann rechnest du erstmal 63 plus 30 und das Ergebnis dann nochmal plus die restlichen vier Einer. Drittens. Rechne so oft wie möglich im Kopf. Nutze jede Gelegenheit, die sich dir bietet und lass den Rechner im Handy einfach aus. Vielleicht beim Einkaufen. Überprüfe die Rechnung an der Kasse im Kopf. Viertens. Kettenaufgaben machen dich richtig fit. Denke dir lange Kettenaufgaben aus und löse sie dann im Kopf. Dazu musst du dich richtig konzentrieren. Volle Konzentration. Diese Aufgaben kannst du jetzt mal ausprobieren. Rechne im Kopf. Nimm nicht deinen Rechner zur Hand. Und noch eine dritte. 22 plus 4027 minus 11 plus 38 minus 5. Und wie sind deine Ergebnisse? Stimmen sie mit diesen überein. Und Tipp oder Übung Nummer 6. Mit Spielen kannst du ganz nebenbei kopfrechnend trainieren. Vielleicht spielst du gerne Dart. Dann rechne die Dartpunkte doch im Kopf aus. Oder auch bei Brettspielen wie Monopoly kann man wunderbar im Kopfrechnen trainieren. Das waren unsere 5 Tipps zum Üben von Kopfrechnen. Wenn du selber noch welche hast, dann schreibe sie doch einfach in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig darauf. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, abonniere unseren Kanal und teile das Video. Viel Spaß beim Kopfrechnen. Bis zum nächsten Mal.